Hallo Leute, mein Name ist Luzer Nzok und gerade ist was echt interessantes erschienen. Nicht nur, dass für ein Fortnite-Entscheinen jetzt Chaos gibt, aber da würde ich mich überraschen lassen, sondern der nächste Wii U-Titel wird geportet. Es ist soweit. Pikmin 3 Deluxe. Ich will da auf jetzt reagieren, denn Pikmin 3 war ein sehr interessanter Titel und könnte ich sogar LP'n, denn die Pikmin Series hat mich schon sehr interessiert. Was werdet ihr davon? Möchte ich gleichzeitig von euch wissen. Würdet ihr euch Pikmin 3 auf meinem Kanal wünschen oder nicht? Schreibt es. Ich werde entweder eine Abstimmung einfügen oder einfach es laufen lassen. Naja, los geht's. Drei ist auf. ja also ich könnte mir echt das der Führer liegt Guck! Und Panik! Verneuerung vielleicht! Das interessiert mich! Es ist auch wichtig, dass sie an die Wand einbauen. Vielleicht ein Bingos-Prinzip oder so. Online. Oh, den kann ich aber noch nicht. Klassiker, der Klassiker. Was ist das denn? Sind neue Gegner geschnitten oder was ist los? Au! Oktober 30. Oh! Was machtest du denn da drin? Eieieiei! Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Aber leider keine neuen Inhalte. Bisher. Schade drum. Ich hätte mir neue Inhalte gewünscht zu diesem Titel. Wenn wir schon kein Pikmin 4 erhalten. Aber trotzdem. Interessant. Naja, man kann nicht alles haben. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Bleibt sozial. Lasst ein Abo da. Und schreibt entweder in die Kommentare. Oder per Abstimmung, falls ich sie hinkriege. Ob ihr Pikmin 3 auf meinem Kanal sehen wollt. Oder nicht. Bye! Bis zum nächsten Mal.